Tarkov ist eine wunderschöne Schönheit. Gar nicht so übel. Signalpark 1. Ja, passt auch. Gehen wir hinten lang dran. West Wing hoch. Darf nur... Ich kann nur hoffen, dass ich nicht unbedingt Nachkampfreichweite komme. Zack, was? Putzelt runter. So, fehlen uns noch elf Stück. Ja, schreckt mich jedes Mal. Aus heiterem Himmel wird hier geschossen. Ja, schießt euch die Köpfe ein. Wann bleibt doch mal stehen, Alter? Genau. Ich bin sehr durf. So, dann sind sie noch zehn. So ist ja keiner, Mann. So ist ja keiner, Mann. So. 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 ich zur Bushalle stelle. Oder nochmal schnell hier hinten am Gefügel. Mal gucken, ob da sich einer rumtreibt. Das sieht ja auch nicht so aus. Das sieht ja auch nicht so aus. Doch, doch, da rennt so ein Schlawiner. Das sieht ja auch nicht so aus. Alter, er wollte mich umrennen. Boah, leck mich ab den Arsch. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Er kommt ja direkt auf mich zu. Oh, ey, wie die Knarre qualmt. Geil. Ich habe zwar gedacht, die Schritte kommen von dort irgendwo. So, dann sind es nur noch acht Stück. Hoffe ich. Bravo. Boah. Ah, mal schauen. So, dann können wir ja jetzt nochmal zum LKW gucken. Boah, wir können gleich hier rüber gehen. Dann müssen wir ja da nicht nochmal. Oh. Es wurde ein Skefflaute wahrgenommen. H cic Demokratie dumm. Frage kurze blauer. Untermannverbruch. Wann, jetzt hat er sich verpisst. Vielen Dank. Willst du mich doch verarschen? Gut, noch sieben. War wahrscheinlich doch ganz gut, dass wir das Scope drauf gelassen haben. Denke ich mal, passt schon. Okay. 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 Einer schlumpft da noch rum. Er hat es nicht kapiert, dass ein Kummel erschossen wurde. Aber er rennt nicht hin, um ihn großartig zu bejammern. Was war denn das? Das klang wie so eine Flash oder sowas. Das ist der Achse hinter dem Bus. Mann, womit hat man denn sowas verbiegen? Okay. 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 Im Cottage ist der Teufel los. Im Cottage ist der Teufel. Im Cottage ist der Teufel. 19 Minuten. Ich schießt noch meine Stacks dort. Im Cottage ist der Teufel. So, nur noch zwei. Was war das für ein wildes Geballer hier unten? Oder war das hinten am Pier? So, Mero. So, grüß dich, herzlich willkommen. Ich hätte jetzt gern hier noch, weil ich weiß nicht, Skeff Island, verlasse ich mich jetzt ungern, weil es sozusagen, naja, zur Not müssen wir dann nochmal ins Dorf rein. Manchmal ist Skeff Island auch der Wurm drin, da sind sie einfach schon alle tot oder keiner da. Mann. So, nur noch einer. Ach, scheiße, wir haben ja Signalbrat vergessen. 14 Minuten. Was war denn das jetzt? Das ist jetzt komisch geruckelt und dann war der Turneigenartig. Oh ja. Oh Mann. Wenn da einer so einen blöden Kühlschrank hingeworfen hat, kann man sich nicht mal schön drunter durchschleichen. Da stapfte drinnen rum der Trottel. So. Jetzt muss ich bloß zurück und dann haben welche ja sich mit Sunny da rumgeprügelt. So, die Skeffs hätten wir schon mal. Jetzt brauche ich bloß noch, wie gesagt, die blöde Maske finden und dann abgeben. Wir müssen gleich nochmal hin, weil der Matze ja vergessen hat. So, war den Plan übererfüllt, Junge, wie im Osten. Ich habe vergessen aber die Signale, die Dinger zu besuchen. Die Antennen. Die Antennen. Die Antennen. Die Antennen. neu. Und haben wir gleich unter anderem. Dann haben wir auf Shearted comerys Inkготов. Die Antennen.